Ich denke, als Mannschaft sind wir, wie gesagt, vor den Playoffs schon gut zusammengewachsen, immer stärker geworden und jetzt in den Playoffs haben wir natürlich die Form mit reingenommen. Wir spielen richtig stark, egal ob defensiv oder offensiv. Wir haben den Haukeland im Tor hinten drin, der uns auch die Dinger saved. Wir sind die letzten Wochen vor den Playoffs schon gut zusammengewachsen. Es hat nach der Olympiapause angefangen und sind eigentlich von Woche zu Woche immer stärker geworden. Jetzt zu den Playoffs performen wir richtig gut. Schmidli und Ortega helfen extrem mit. Beide richtig stark in den Zweikämpfen. Jeder weiß, wo der andere steht und das hilft natürlich als Reihe ungemein. Ich denke, es wird auf jeden Fall eine harte Serie, egal gegen wen. Jeder spielt in die Meisterschaft. Aber egal wer kommt, wir wollen auf jeden Fall die drei Spiele gewonnen.